Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren League of Legends Ranked Solo Queue wieder, das A bis Z geht natürlich weiter, aber da es mittlerweile glaube ich über 130 Champions gibt oder so, ich weiß ja ich sag gar nicht wie viele, wird das auf jeden Fall ziemlich lange dauern bis wir das fertig haben. Kann auch mal sein, dass wenn ich mal länger Urlaub habe, dass ich dann vielleicht mal zwei Videos an einem Tag mache oder irgendwie sowas in der Richtung, aber ich würde sagen ab und zu definitiv noch unterbrechen von Solo Queue, weil ich ja hier ein bisschen stuck bin. Oh, das müsste easy kill sein eigentlich, nice. Ja, wer Gangplank ohne Ignite gespielt hätte, sonst hätte, what the hell war gerade meine Queue. Ich bin ziemlich sicher, dass Gangplank sonst gewonnen hätte und ja, die Gegner haben First Blood bekommen, ist euch sicherlich noch aufgefallen. Ja, Pantheon Midlane, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die probiert irgendwas zu drehen. Ich war wie immer noch gar nicht am Stizzle, aber ja, passiert. Wurde auch nicht mal gepinkt, was die für Summoners benutzt haben, also ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber gut. Es wäre auch egal. Ein Kill ist meistens nicht so schlimm. Okay, das sollte ich vielleicht nochmal überdenken. Have you never heard of Snowball, Snowball Effect? Deswegen haben die nochmal im Jungle Vi, ja das ist wieder für mich so ein schlechtes Matchup, weil 1v1 gegen Vi ist immer sehr schwierig, weil Vi kauft, nicht immer, aber immer öfter, Lebensraub. Gegen Champions mit Lebensraub ist immer schwierig, Diana. Mal ganz davon abgesehen, dass Vi auch so viel Damage macht. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Das ist ja auch schon mit Ben. Oh, schade. Schade. Leider war ich nicht mal ansatzweise in der Nähe. Uff. Sehen die eigentlich, wenn der Wort hier markiert ist, sehen die dann alles? Oh no. Oh. GG, Etta. Oh. No way. Oh. 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 What is happening bro? Jesus, ich hätte nicht gedacht, dass die Vayne da reingeht, Alter. Aber gut, der Brent hat halt keinen Mana mehr. Wenn der Brent Mana gehabt hätte, hätten wir so easy gekillt. Funny Start. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funny war. Wow, was? Vay hat drei Kills? Achso, sie hat wahrscheinlich First Blood bekommen, dann nochmal mitlanen und jetzt Botlanen. Das ist nicht gut. Diesmal war es aber nicht ich, der den gegnerischen Jungler gefeedert hat. Hab. Zweimal Pantheon und keinmal ich. Also mich trifft diesmal keine Schuld. Aber es wird trotzdem wieder eine Jungle Div sein. Ist natürlich ätzend. No. Stun sie nochmal. Damn. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, wo Vay ist, könnte ich den Drake riskieren, aber ich habe keine Ahnung, wo die gerade ist. Hm. Ich meine, ich schätze mal, sie war irgendwann Bot-Side noch vor kurzem, weil man hat ihren Farm nochmal gesehen. Oh. Na, da ist sie. Jetzt ist ja die Frage, wo sie jetzt hingeht. Ah, die Krabbe spawnt auch gleich. Hm. Hm. Ah, da ist sie. Ja, da ist sie. Ja, da ist sie. Ja, da ist sie. Hm. Alter, die läuft da. Da ist keiner auf mich zu. Oh. Oh. Machen die jetzt echt den Drake? Ah. Oh. Hey. 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 Let's go. Wow. Jesus. What is happening? Hey. 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 Ja, ich habe es echt gar nicht gesehen, wer den ganzen Damage gemacht hat, aber es muss ja eigentlich Brand gewesen sein, weil ich glaube, Draven war sogar tot, ne? Ja, aber gut, die Gegner waren auch ultra gesplittet, das war das Neiße. Vi und Lux haben gegen den Drake gekämpft, Vayne gegen Brand dann wahrscheinlich und Pantheon und ich gegen Oriana. Also es war gegen 3, gegen 4, aber die Gegner haben quasi ihre Überzahl nicht gut genutzt, beziehungsweise überhaupt nicht genutzt. Auch nicht, ich habe den Shutdown von Vayne bekommen. Trotzdem habe ich so wenig Gold, I don't get it, man. Oof. Close. Ich könnte Inheritere das schon machen, aber die Weih... Na, ich lasse es mal lieber... Wow, what the hell. Musste er sich jetzt wirklich da zurückporten? Hätte er nicht einfach zu mir wieder laufen können? So risky, was hat er da gemacht? Er hätte sich mal ein Wad da hingestellt. Das war jetzt irgendwie ganz schön krasses Risiko. No money for the pink... Oh, mein Game stürzt ab. Oh oh. So. Nach dem Disconnect wieder drinnen. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Das hatte ich jetzt schon monatelang nicht mehr gefühlt oder wochenlang auf jeden Fall. Und das ist einfach wieder passiert, ey. Das ist so ein Dreck einfach. Keine Ahnung, was passiert ist, wenn ich weg war. Aber ich glaube nicht viel. Das ist so ein Dreck einfach. Okay, die Gegner antworten mit einem Gank in der Midlane, aber... Sie gewinnen nicht mal den Fight. LOL! GG. Na gut, der Gangplank lebt wieder. Weiter kommen wir nicht. Weiter kommen wir nicht. Hm. Hm. Weiter keine Ulti. Naja. Lieber den Drake machen, bevor wir jetzt hier mit dem Tower Dive alle drauf gehen. Gehen. Nice. Ich hab Ulti ready. Boah, ich hab 6-0 denn. Nice. Ja, wenigstens mal ein Brand, der nicht so rein tröllert oder so ultra schlecht ist, wie ich es schon teilweise gesehen hab. Irgendwas stimmt mit meinem Spiel nicht, es laggt auch voll. Oder nicht laggt, aber es fühlt sich so richtig komisch an. Jetzt hätte ich einen High-Ping, aber mein Ping sagt 19. Check's nicht. Manchmal ist das Spiel schon echt weird. Wenn ich's immer hätte, würde ich sagen, okay, es ist irgendwas bei mir, aber es ist ja nicht immer. Es ist immer manchmal. So komisch. Wie sie uns nicht die Midlane kaputt machen lassen. Midlane steht immer noch komplett. Die Oriana wird jetzt so zerstört. Oh, oder auch nicht. Damn. Okay, die wussten, dass er da drin steht, RIP. Alter, bin ich bescheuert. Manche Sachen in dem Spiel haben einfach eine viel zu kleine Hitbox. Da stand echt ein Wort drin. Tja, unlooky. Ich glaube, ich hole mir den Gangplank. Irgendwo läuft hier noch eine Vi rum. Nice. Die Oriana hat nicht mal den Turm kaputt gemacht. Und die Vi ist auch dead. Nice zu. Gangplank lebt wieder. Er geht sogar Toplane. Er geht nicht Botlane, wo die zwei Leute den Tower pushen. Ups. No. What is going on? Alter. What the hell hab ich gerade gemacht, ey? Dang. Ich mein, ich hab jetzt vier Tage kein Law gespielt oder fünf. What is I doing? What is me doing? Nochmal Gangplank, Kind. Das wäre too much. Alles in einem Leben. Okay. Das wäre einmal too much. Ja. Crazy Game. Und das, obwohl es theoretisch ja schlecht angefangen hat. First Blood für die Gegner. Gefiederte Y. Das sind ja eigentlich so mal die Sachen, die man sagt, bevor man übelst aufs Maul bekommt. In einer Runde Löllinger. Das einzig blödesten ist, dass die Botlane den Inhibitor zerstört haben. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich den Baron machen und schnell finishen. Weil sonst war der Inhib eigentlich nur frei Gold für die Gegner. So, aber es gibt noch gar keinen Baron. Es gibt ja noch den Herald Loll. Schaffe ich denn noch? Ja. Easy. 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 Da hat sie gerade meine Ulti abgebrochen. Ich weiß nicht, ob sie gerade mit ihrer Ulti meine Ulti unterbrochen hat, sozusagen. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, meine Ulti hat trotzdem Damage gemacht. Deswegen irgendwie auch wieder nein. Keine Ahnung, was das war. Ultra weird. Weird. 9-0. Damn. Ich meine, ich nervt immer noch dieser Disconnect, muss ich sagen. Oh. Na ja, schade. Ups. Damn, die Oriana macht echt viel Damage. Oh, oh. Wow. Are you kidding me, Alter? Okay, das war aber echt schlecht vom Pantheon. Oh, no. Das ist Baron für die Gegner? Fragezeichen, Ausholzeichen? Ah, Lux ist halt so ein Dreckschamp. Du läufst einmal in ihre Kuh. Zieh euch das rein. Die hat 2, 5. Ein Item. Und macht mir 1000 Damage. Nur weil ich eine Fähigkeit abbekommen habe. Der Champion ist so lächerlich einfach. Leider. Leider. Ja, aber können wir jetzt bitte mal Baron machen? Was ist das hier schon wieder für ein Bronze-Team, Alter? Ich check's halt nicht. Ich weiß auch nicht, was sie die ganze Zeit Botlane gemacht haben. Der Inhibitor wurde vor 10 Minuten zerstört. Vor 10 Minuten. Wir haben immer noch nur einen gehabt, bis ich gerade Inherit gezündet habe. Also keine Ahnung, was der Draven und der Brand die ganze Zeit gemacht haben, ehrlich gesagt. Auf der Botlane. Und Midlane steht immer noch. Smite Fight wäre jetzt nicht so geil. Tantheon pusht auch lieber Toplane. Ah, gibt zum Glück kein Smite Fight. Brand ist aufkam. Oh-oh. Als ob die es ernsthaft überlebt hat. Was? Wieso ist Draven back gegangen? Und warum war Brand so lange AFK, Alter? Schaut euch das mal an. Der Typ kommt gerade... Was machen die? Können wir bitte das Spiel beenden, Alter? Es könnte seit 10 Minuten vorbei sein, das Game. Was machen die, Alter? Und Pantheon ist die ganze Zeit Toplane. Hat nicht mal den Inhip bekommen. Wir haben Baron gemacht. Er war... Ah. OMG, Alter. Was... Was... Was ist... Was passiert hier gerade? Ey, wissen die nicht, wie man ein Spiel beendet? Oder was ist denn das für ein Team, Alter? Einfach Mitte gehen, alle töten und das Game beenden. Das kann aber wohl nicht zu viel verlangt sein, oder? Was zum Teufel ist hier los, ey? Also wirklich, ey. Die haben alle Inhips wieder. Denn die gesamte Base wurde wieder aufgebaut. Ups, sag ich aus, wenn meine Eges geht. Was machen die schon wieder, Alter? Ich hasse dieses Team. Keine Ahnung, wie wir das Spiel gewinnen, ehrlich gesagt. Pantheon hat 130 Farmen in 25 Minuten. Das ist halt legit Bronze-Farm. Vor allem, warum gehen sie nicht einfach Toplane und zerstören den Inhip? Warum siegen sie Mitte? Einfach Top und Bot den Inhip zerstören. Und dann Mitte. Das Problem ist auch, dass wir keinen Tank haben. Dass kann halt keiner richtig reingehen, unterm Tower. Aber dann muss ich das wohl übernehmen. Leute, der Brand killt einfach das ganze Team. I'm so far away. Ich hab immer noch keinen Sonjas, ey. Jetzt. Ich bin legit hingekommen und hab ihnen die Tür geöffnet. Und jetzt, wenn sie es jetzt wieder nicht beenden, dann raste ich aus, Alter. Ich hätte echt früher Sonjas kaufen können. Das hätte mir jetzt legit dreimal das Leben gerettet und mir wahrscheinlich noch mindestens ein Kilmergericht, äh, ein Bill, eingebracht. Warum finish doch einfach das Game? Jetzt zerstören sie ihn. Bronze? Ist es Bronze? Ist es Bronze? Ist es Bronze? Das ist nicht in ihr Ernst, oder? Die haben jetzt... Naja. Are you freaking kidding me? Vier Leute von denen waren 30 Sekunden lang tot. Zeitgleich. Die konnten das Game nicht beenden. OMG. OMG. Why no back? Junge, wenn du nicht backgegangen wärst, dann hätten die das Game beenden können. Die wollen den Gegnern echtes Comeback noch schenken. Unbelievable. Jetzt bräuchte man halt einen Baron Buff. Oh, der kommt auch legit gleich wieder. Oh. Die ist tot. Ne. Doch. Nice. Äh, wait. What? Hatte ich mich gerade ernsthaft? Hat die gerade mich mit ihrer E- What? Was ist gerade passiert? Meine Ewa auf Cooldown? Jetzt können wir das Game wahrscheinlich so oder so beenden mit Double Super Minions. Aber ich vertraue diesem Team nicht. Okay. Pretty much. Ah, ich meine, sie haben noch keinen Gegner. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, mein Game, nein, ey. Boah, das ist so ein Schmö-Game einfach, was ist denn das, ey? Das hatte ich jetzt wochenlang nicht mehr. Die haben echt nicht beendet, Alter. Wow. Ja, das ist so armselig, dieses Team. Gucken wir, ob die jetzt zum Inferno Drake kommen. Oh, ich glaube nicht. Ne, ist ein alter Berg gegangen. Und ich habe sogar noch Barren Buff. Gangplank hat das jetzt in zwei saftigen 260er Farm. Ach, komm. Könnt ihr jetzt bitte das Game beenden, Alter. Ach, ey, was für ein Drecks-Game. Ich hasse League of Legends so sehr, Alter. Zockst du eine Runde 50 Disconnects? Was geht eigentlich ab, Mann? Das kann doch nicht sein, ey. Deswegen kann man ja legit ein komplettes Game verlieren wegen sowas. Aber das kann ja gar nicht an mir liegen, sonst hätte ich das ja immer. Ach, gab bestimmt wieder ein Patch und funktionierte da gar nichts, ey. Brand war mit Abstand der Beste. Aber trotzdem alle versuchen, aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, Games zu beenden. Naja, danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.